Ändern und zu verkomplizieren. Vielen Dank. Herr Seitz, warten Sie bitte. Da Sie keine Maske haben, sondern nur ein löchriges Tuch, fordere ich Sie auf, diese Maske jetzt zu tragen. Sie haben ein löchriges Tuch, das ist keine Maske. Es ist keine Maske. Ich fordere Sie auf, diese Maske zu tragen. Haben Sie eine sterile Verpackung? Die ist... Die ist... Die haben sie jetzt kontaminiert. Die ist aus der sterilen Verpackung. Verpackung. Gut, Sie bleiben jetzt hier stehen. Ich kriege Sie auf. Ein Theater, was hier abgeht, ist nicht zu fassen. Ich nehme jetzt hier den Stift, damit ich es nicht berühre. Tsch, sind wir ruhig. Ich kann ja selber übernehmen. Nö, entgegen Sie den Stift. So. Vielen Dank. Und den setzen Sie jetzt bitte auf. Die hat voll einen an der Klatsche, die Leute. Das ist voll der Hammer, ey. Das ist kein Maulkorb, sondern das ist eine Maske. Und wenn Sie noch weiter so machen, dann kriegen Sie jetzt Ordnungslos. Alter. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020